Liebe Weinfreunde, der nächste Wein, den ich euch jetzt vorstellen möchte, ist aus Italien. Um genau zu sein, sind wir im Latium, welcher auch liebevoll der Weinkeller Roms genannt wird, wegen seiner direkten Nähe zu Rom. Wir haben im Latium zwei verschiedene klimatische Bedingungen. Wir haben einmal an der Küste, es ist sehr trocken und heiß, wenn man so ein bisschen weiter ins Landesinnere geht, dann haben wir mehr diese vulkanischen Böden und es ist natürlich kühler. Wir haben jetzt hier das Weingut Poggio Le Volpi, einer meiner Lieblingskellerien aus Italien, den wir im Sortiment haben und hier aus der Linie Antico Cepo, einen Petit Verdot, so nennt sich die Rebsorte. Wir haben Anklänge von dunkler Frucht, der ist sehr marmeladig, aber wir haben auch so ein bisschen Kakao und Kaffee mit drin, was einen wirklich äußerst tolle Struktur verleidet, ein schönes Tanningerüst und ihn einfach zu einem gehaltvollen Speisebegleiter natürlich auch macht. Was passt gut? Zum Beispiel eine schöne Pasta mit Trüffel. Ideal. Viel Spaß.